High Speed Bike Park Lamp in Kassdal! Langsam, Schneckellen! Licken! Licken! Über das Gittel! Mal drop! Heyo, welcome back zu meinem neuen Sunderswift Vlog! Wir sind hier mit Kim. Girls Shred, hauptsache Fullface, aber mit Turnschuhen. Da hat nämlich jemand seine Bikeschuhe vergessen. Klicks auf dem Velo. Aber die nice Air Mags. Nice Air Mags am Start. Ein bisschen peinlich. Wir sind hier am Wirrihorn. Wir waren eigentlich zuerst ausprünglich weil Marbachecke. Wir sind hier am Wirrihorn an der Auffahrt. Es ist Donnerstag, wunderschönes Wetter, viele Leute hier. Wir waren noch nie zusammen im Wirrihorn. Wir sind auf den Enduros. Immerhin ist es Fullface an. Ich habe nämlich den Fullface vergessen. Aber ich habe ihn gar nicht dabei. Von dem Halbschalen unterwegs. Nicht so cool. Aber wir sind heute zehnmal unterwegs. Im Bikepark nehmen wir euch mit auf ein paar Laps. Heili Stoked Digga. Wow, stay tuned. Let's go. So, jetzt sind wir hier schnell in den Shop rum gegangen. Um Kim schnell ein paar Flats zu mieten. Zack, Grinde angeschlagen. Jetzt sind wir hier für fünf Stunden. So können wir hier schnell ein paar Flats auslehnen. Damit sie mit ihrem nice Air Max schreden kann. Living the dream, oder? So, vier Stunden Karte gelöst. Es gibt auch drei Stunden. So, Nino noch getroffen. So können wir jetzt mit auf ein paar Laps im Bikepark. Jetzt gehen wir hier auf den Sessel. Drei Velos kriegen wir drauf. Jetzt sind wir hier auf dem Sessel. Es hat gar keine grosse Schlange zum Anstamm. Wir haben ihn aber schon Nachmittag. Wir haben jetzt die vier Stunden Karte gelöst. Es gibt auch noch drei Stunden Karte. Haben Kim da auf dem Sessel. Und Nino. Stay tuned. Stay tuned. Den wir nämlich aus dem Downhill Kids Camp, aus der Lenzer Haid schon kennen. Mit ihm schreden wir jetzt ein paar Laps. Eltern sind am Spazieren. Und es hat zwei Strecken, glaube ich. Ich kenne aber nur die eine vom AXS Swiss Downhill Cup. Aber jetzt checken wir zuerst einmal die da links aus. Und dann checken wir sicher noch einmal die da rechts aus. Wir sehen uns gerade auf dem Trail. Bis alt! Drive betweene! Nice! Ahaha! Jetzt hauen wir uns mal auf Nino. Charakter rein. Er gibt Gas. Super Nachwuchstalent hier. Die zwei surfen wir. Hopps schneller Nino! Gib Gas! Ahaha! J'uuh! Die Turnähte sind echt noch toll und die Sprünge auch. In diesem ersten Tempo darf man die Travel nicht anderes nellachen. abzeichen. Rechts weg geht es auf die blaue. Da merkt man schon den Wind, den es noch ein bisschen hat. Nice! Geil! Geht ab. 2,5 Bar im Hinterreifen. Der hüpft hier auf den Wellen. Ja, war das ein One-Hander. Old-President-Firm hier. Keine Ahnung wieso. Schreden wir weiter. Ein kleines Skiri hier. Und ja. Nice. Boom. Dropping in again. Nino in front. High-speed in the turns. Oh, da kann man recht kleiner Rooster. Ich traue mich aber noch gerade nicht. Der Gitarre ist recht gut. Ein kleiner Racer nach Rooster. Oh, ha ha ha. Yo. Oh, gerade durchgeschlagen. Holy shit. 55er Federn. Warm out. Bam. Ja, der gliene gerade ab da. Geil. Oh, off track. Was ist? Ich habe keine Höhe. Wegen? Boom. Was? Am Lenker? Oder im Stein? Da vorne. Ah. Kim hat nämlich neue Industry Nine-Namen amontiert. Sieht richtig frech aus. Und ist auch frech teuer gewesen. Hashtag Swiss Money Flow. Nino hat gesagt, sie sollen da nicht filmen. Filmen wir ihn gerade extra. Sie sollen gerade abkauen. Jetzt gehen wir ihm hinten rein. Er meint die Kurve. Ha ha ha. Filmen wir gerade extra. Du hast dir ein bisschen Mühe gegeben. Die Kurve schwenden. Ja. Ja. Ha ha ha. Also ich finde sie gar nicht einmal so schlecht. Yeah. Woo. Ha ha ha. So nah sieht sicher geil aus. Ja. PoV Follow Me Runs. Da. Mit der neuen GoPro 10. Okay, die ist scheisse. Juuu. Entering Slalom. Und Albtrail ist da der blaue Abschnitt. Nehmen wir jetzt den Bottom-Part mal mit. Können wir ihn mal anschauen. Er ist auch ziemlich neu. Gott, für mich ist da alles neu. Eigentlich. Ja. Hot-Trail gibt da echt Gas. Die machen jetzt die ganze Serie um Downhill-Captain in der Schweiz. Mega cool. Die Jungs geben Gas. Flying Metal auch. Die machen da recht viel. Für die Region. Wow. Sind das für gelbe Törchen da? Ah, das sind Kippstangen. Statt denken wir da mit der Hand reinfahren. Sketch. Oh. Wir haben einen Skibeineis verwischt. Komm Nino, gib Gas da. So langsam. Schneckentempo. Was soll das? Los. Velo reinlegen. Ellenbögen raus. Ja. Kopf gerade. Ja, jetzt geht das schon besser ab. Juuu. Hahaha. So muss das aussehen. Ellenbögen raus. Yeah. Hahaha. Yeah. Ja. Da sehen wir übrigens noch die Map. Wo sind wir jetzt gefahren? Jetzt gehen wir mal Nummer 2. Very horny aber. Bevor sind wir dann Nummer 5 glaube ich gefahren. Alp. Nein. Old T-Bar. Das 4. Ja. Und bottom part vom 5. So jetzt an der offiziellen Downhill Strecke. Very horny. Machen wir noch einmal. Wir sind vorher gerade einmal runtergefahren. Jetzt kenne ich die Strecke ein bisschen. Es hat ein paar blinde Sprünge oben drin. Mal schauen ob ich die Nähe kann jetzt. Juuu. Juuu. Jetzt ist jemand da. Wow. Haha. Voll links muss er nicht wissen. Haha. Wow. Haha. Mit Ventura ist schon noch. Schon noch heavy. Ah der traue mich nicht. So blind. Sketchylandig. Haben wir ihn zwar vorher angeloogt aber. Haha. Schon okay. Schon sketchy trail eh. Jaaaaaaa. Neiin. Ich habe gerade eine Kette rausgesprungen beim Antramplen. Schade. XTR bin ich schon nicht so Fan. Weiter geht es nach dem Sprung. Ich gehe wieder voraus. Nino jagt mich. Ein paar Wiesenkurven hier. Oder Wiesenkurven, ja nicht wirklich. Geile Anlieger. Es macht Bock, um hier wieder einmal zu schreden. Ich hätte gerade wieder nach Hause zum Rennen fahren. Das Ecksoi. Aber mit dem Downhiller. Über das Gitter quer drüber gescrubbt. Oh. Den könnte man dribbeln. Geil. Mega spontane Aktion. Keine Downhiller dabei. Keine Fullface dabei. Oho. Oho. Wtf Alter. Für das kann ich stricken doch noch zu wenig. Hier sind wir vor rechts gegangen. Schwarz. Jetzt gehe ich noch mal rot. Jetzt noch ein Drop im Wald für schwarz. Das ist aber nicht so witzig. Mega kurz. Juhu. Da bin ich irgendwie so die Fressigkeit im Rennen. Da wo man so recht innen muss in den Wald, glaube ich. Zeig mir auch nicht von meiner besten Seite. Hier. Dunkel. Im Wald rein. Da 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 da. Diese Strecke kenne ich nicht. Wow. Rutsig. Einfach so eine schmierige Ecke. Yeah. Und da kommt gerade einer über den Drop. Nice. Über die sind wir vorheben auch gefahren. Und da warte ich jetzt auf die anderen. Rennen da auf dem Slalom Track. Komm voraus. Nino hantet hinten rein. Jetzt probiere ich da mal die Highline nehmen. Nicht so gut verwischt. Jetzt ein Slalom. Geben Gas da. Los. Schneller. Hinteran driften. Damit der gelbe Pfosten verwischt. Shortcut da. Ja. Geil mit den Kippstangen. Kann man wirklich nachher fahren. Komm Nino. Los. Shrednel. Und er probiert es mit dem Shortcut. Holt ein bisschen Zeit auf. Schafft es aber nicht zum überholen. Highspeed gegen den Bottom Par. Schauen wir jetzt an. Kim auf ihrem Yeti unterwegs. Ich auf dem Track Slash. 9.9 X Air Project 1. Sweet Gold Leaf. Und den Nino weiss ich gar nicht. Ist das ein Snorke oder so? Ich habe gar nicht geschaut. 24 Zoll. Ich bekomme jetzt den 27,5 Zoll. Ah, jetzt hätten wir da links runter können. Jetzt gehen wir da nochmal nach vorne. Da sind wir den Babyslal online. Und da gehen wir nochmal hoch. Aha. Ah. Black Pirate. Noch mal paar turns. Kurz vor der Gonsla. Aber zu dem Parking Lot. Ja. 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 Bam. Nach einem Pommes Verdauungsrun da. Kim in Front. Wieder zurück. Hoffen wir. Very horny. Eww. Und poppen wir einen Manual da in der Fläche. Eww. Let's go. Am Nino hinten an. Er hat gesagt, ich muss ihn nochmal hinten anfahren. Jetzt ist er warm. Vorher war er noch nicht so warm. Ui. Es windet da. Haha. Hoppapap. Er ist 9. Wird im August 10. Geht da schon recht ab. Er ist auch da in der Linserheide in der Downhead Kids Camp gewesen. Von dort kennen wir uns. Jetzt nochmal auf den T-Bog. Line auf dem Gönner Trail. Leary Horn Bike Park. Yuuu. High Speed Bike Park Laps incoming. Yuuu. Haha. Wua. Den könnte man so weit raus senden. Ja. Wua. Aber da kriege ich Angst. Wir haben noch halbe Schalen. Stell dir vor. Es schlägt sich hier in eine Kurve hinein. Darum fahre ich echt nicht gerne halbe Schalen. Im Bike Park vor allem. Bringt es dir gar nichts. Wua. Jetzt ist das Hinterrad gekommen. Du musst ja nirgends tramplen oder so. Das steht mit dem Bähnchen immer hoch. Darum. Fullface im Bike Park. Oder auch auf Shuttle Days. Wenn es nicht stört. Wenn es nicht stört. Warum nicht. Ja. Bei dem Speed echt crazy. Wuuu. Wuuu. Jetzt schnitzen wir da gleich weiter. Ich finde die Kurve irgendwie noch geil da. Wenn wir jetzt ein bisschen investieren. Full Focus Race Speed. Macht das noch Spass. Dicke Turns. Aber Shredden. Vorher war noch Fettgelick. Mach den mit Joel aus dem Aargau. Grüße gehen raus. Nice da als Lütz Treffer. Wo einem kennen. Ja. Wuuu. Wuuu. Ja. Let's go. Weiss zwar noch nicht, wie der heisst. Aber es ist noch nicht. Ja. Aber er hat mich auch gerade angesprochen. Ob es einen neuen Sundersweb Vlog gibt. Darum jetzt Chasing Him. Nachher fragen, wie er auf Insta heisst. Manual. Auf der Fläche. Ja. 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 Jetzt windet es hier recht. Vorher hat es mich auf dem Gesilsprung hier fast verblasen. Da müssen wir aufpassen hier. Coming down to the bottom park. Ja. 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 mit ein paar jumps und auch ein pump track. Also Nino, let's go. собир four. Ok. Droppen. und noch ein kleiner Drop. So, das war es. Kleine Bikepark Session mit der Kim und dem Nino. Was sagst du noch dazu? Ja, jetzt sind wir nicht mehr so highly stocked. Wieso nicht? Weil jetzt sind wir müde. Jetzt sind wir müde und es geht nach Hause. Aber mehr als einen halben Tag ist jetzt eigentlich auch... Braucht es nicht da. Halben Tag Schradden. Es war gut auf den zwei Strecken, wo wir gefahren sind. Es gibt glaube ich noch eine mehr oder so. Aber es reicht eigentlich voll. Und cool, dass man drei- und vier-Stunden-Karten lösen kann. Und ich habe gemerkt, dass ich jetzt wieder rauf springen muss, weil meine Narbe so cool ist. Sie war nur so hyped und stoked, weil so mit der Industrie 9 das Abheben und nachher wieder zu landen einfach so satisfying getönt hat. Ist doch geil. Da bin ich highly stoked. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, like ihn nicht vergessen, kommentiert noch etwas cooles und dann sehen wir uns im nächsten. Peace out! Peace out! Peace out! Untertitelung des ZDF, 2020